So und jetzt sind wir hier im Schlafgemach von dem Fürsten, ich glaub irgendwas mit KY hieß er oder Rykard oder so und hier müsste Irgendwas anderes, ich hab gedacht wir würden jetzt noch eine Wache bekommen von der geredet wurde Was ist das denn? Schlangen, was? Schlangen am, Amnion, Schlangen am, ich weiß nicht was ein Amnion ist Amnion aus dem Leib einer Mutter, die das arme, ungewollte Ergebnis eines widerwärtigen Geburtsrituals ausdrug Trocknet niemals aus und bewahrt sich seine Feuchtigkeit bis in alle Ewigkeit Lecker, lecker Mann, 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 da krieg ich direkt Hunger Dieser Altar ist aber so super hübsch Boah Boah ist das hübsch Hübsch, 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 hübsch Keine Wand, nein Keine Wand Schöne Kerzen Man muss sich mal überlegen, für alles, was in diesem Spiel ist, muss ja wirklich jemand da gewesen sein Und muss wirklich alles davon designt haben, ne, diese ganzen schönen Kerzen auf dem Boden Einfach alles Gucken wir erst mal so drumherum hier Hier Natürlich nicht Da können wir rein, gucken wir aber erst nochmal hier Hier ist nix Was ist denn hier drin noch? Oh Das Gerät bewegt sich nicht Okay Das ist wahrscheinlich eine Abkürzung für später Hier sollten wir eventuell nicht runterfallen, das ist glaube ich nicht gesund Okay Ist also für nachher eine Abkürzung Was haben wir auf der anderen Seite? Hier geht es gar nicht erst raus Na gut, dann Aufzug, ne? Oder Abzug Wohin geht es? Nach oben natürlich Erstmal hier überall gucken Einmal hier rüber Ich werde langsam müde Noch sechseinhalb Stunden vor uns Schaffe ich also? Schaffe ich? Schaffe ich? Schaffe ich? Einmal hier eine ganze Runde drehen Hübsch, 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 hübsch Ganz doll hübsch hier alles Richtig? Ja Okay Können wir hier irgendwo raus? Irgendwo runterspringen oder so? Da Da, 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 da Da können wir weiter, okay Jupp Boah Ich bin leicht schreckhaft inzwischen Schnecki hat mich gut erschreckt Hinten zu dem Item wollen wir Wo die ganzen Schnecki sind Schnecki Na Au Schnecki Schwelender Schmetterling Was gibt es in diese schöne Richtung? Können wir noch hinten fallen Ich glaube, ich mache auch nicht mehr so lange Elden Ring Weil Im Kopf macht das nicht mehr so mit Ich glaube, wir machen dann Zum Schluss nochmal ein paar entspanntere Sachen Und wir bluten es wieder Schnecki Schneck 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 Kannst du dir das Item bitte geben? Hallo? Danke Kumpfinger Medizin Leben Leben am Limit hier Oh nö Das war knapp Das war knapp Trinken wir mal Hier rüber Ach, guten Tag die Frau Au Auch so ein schönes Gegner, die seien diese Dinger da Oh nein, es dreht sich jetzt dreht sich Es dreht sich jetzt Dreht, 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 dreht Dreht, 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 dreht Nice Wir müssen über den Lava-See haben. Okay. Dafür haben wir unseren Dolch mit dem schönen Talent, dass wir so krasse Schnellschritte über Lava machen können. Stärker als der Boss, obwohl mega lahm. Ein bisschen, ein bisschen, ja. Die ganze Lava, die hier rumbabbelt. Und Sprung. Zack, zack, zack. Oh Gott. Nein, Käfer kommt zurück. Nice. Dunkelschmiedstein 5. Kurz mal über die Lava geslidet. Okay. Oh, hier könnten wir rein. Bah. Ein großer Raum für dich alleine. Steinschützschlüssel. Ich bin da seltener Gegenstand. Jemand läuft, aber ich sehe nichts. Ich höre schon, ich sehe aber nichts. Okay. Ich glaube hier, ich glaube hier stirbt man, oder? Ja, sieht sehr danach aus. Dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Haus. Genau, das ist die Brücke. Oh, hier geht's auch rein. Das Gebiet ist so krass aufgebaut, ne? Schön. Hier gibt's eine Leiter. Ich würde aber erst nochmal hier unten im Lava-Sumpf rumgucken. Hier nämlich. Jawohl. Na, nix hier. Setz ich mal kurz anders hin. Oh, wirft irgendjemand. Oh, oh, slangy, slangy. Klangy bugt auch. Okay, slangy tot. Oh, nein, ich hasse diese Gegner, ne? Oh, was? Daneben. Weg, 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 weg. Oh, nein, 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 oh, nein. Nein, 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 nein. Raus hier, raus hier, raus hier. Versuchen wir es mit Fernkampf. Oh mein Gott. Töner Sprung. Nice. Schnell ausweichen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist so ein Todesnebel. Wenn die Leiste unten voll wird, sind wir instant tot. Und das bewirken die mit ihrem komischen Todesnebel. Wir warten ein bisschen kurz, bis der Effekt ein bisschen weggeht. Warte, ich kann ja so einen Drink nehmen. Sehr schön. Wo ist der letzte? Okay. Eieieiei, ist das böse gewesen hier. Und für unsere Mühen kriegen wir einen dunklen Schmierstein 6. Das hat sich doch gelohnt. Oh, wir haben sogar Blaubeersaft. Trinken wir den. Leckeren Blaubeersaft. Blaubeersaft. Autsch. Ich würde gerne da hinten noch gucken, ob da was ist. Ah, hier ist nix. Da ist nix. Ne, 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 okay. Okay, 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 okay. Dann geben wir die Leiter hoch, die wir eben gefunden haben. Ja, hier war sie. Hoch. What? Anstrengend hier. Safe Point, bitte. Führe ich nicht. Bleh. Au, 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 au. Wollt nochmal rollen. Oh nein, ich bin vergiftet, ich bin vergiftet. Trink. Hier schnell entgiften. Vorher zu viel Leben verlieren. explodieren im gift wenn man die tötet ok ergeben wir erst mal rechts wir können unseren imitator holen sehr gut er hilft uns war ja kommen wir herr mit hat er wird schon wieder weg oder was imitator für die linke seite gedacht wir gehen aber jetzt rechts lang wir gehen erst mal rechts lang ich brauche nur ein save point bitte spiel bitte und nein gegner sind leider kein save point und nein er hat mich gehört kacke es ist eine abkürzung abkürzung nein 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 hier abkürzung ok bitte wohin runter ok zu der abkürzung oder richtig jawohl jetzt haben wir uns eine schöne abkürzung gemacht setzen uns nochmal hier an uns aufzuladen sehr gut wie viel ruhen haben wir 37.000 hast noch nix jetzt können wir hier wieder hoch können auch hier lang ach ah ok jetzt weiß ich wo wir sind ok 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 ich verstehe ich verstehe ich verstehe es wo und hier wieder hoch sehr gut sehr gut Oh Und unser Imitator Heil uns Oh, Let's go Oh, er hat eine Lava-Peitsche wie cool. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Los, Imitator. Du schaffst es. Ja. Kill ihn. Ich guck mal ein bisschen zu. Machst du gut, Imitator. Machst du gut. Okay, wurde gut abgelenkt. Nice. Jetzt war ein Kill. Dann wären wir hier lang. Oder rechts rum. Nehmen wir es mal rechts rum hier. Ja, gut. Gehen wir rein. Gut, lass hier auch alles aussehen. Gut, also. Gut.